so tak tak wo ist da ist repair tränken aus sechs stück gehen nur warum nur sechs ich hab so wenig narco berries hier so das problem ist ja was denn das problem ist nur wir haben noch relativ wenig und es sind nur noch 20 minuten das heißt relativ bald die wochen vögel einfach wir müssen jetzt den zweiten vogel hoch bringen wo sind der liegt unten am strand wo ich jetzt bin guck einfach mein raja ok drop 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 ich muss mir neue klamotten bauen aber der ist doch meiner er ist doch relativ bald fertig müssen wir nur mal gucken warum rennt ihr das vieh ach da kommt ein dino an gescheitert du wirst viel in stamina was wenn in dem vogel hast viele im stamina stamina muss ich level bei dem ok das ego ist fertig ich hole mal runter der jahre als level zu geben was ist der ok level 31 der spiel hinten ist der hoch der liegt noch da soll ich versuchen so einen typen zu schnappen und rüber zu bringen sie verhausten wir können auch versuchen mit den vögeln supplies abzufliegen guck mal jetzt ist nämlich so mehr überlaut mehr es ist gerade supply overload fliegt zum fliegt zum supply guck mal der ist am berg hoch ok mache ich bin dabei nur denkt dran overload kann schwer werden ok steine weg zack guck du ob vielleicht kannst du schon ein bisschen für eine schmiede bauen dass wir wenigstens unser zeug holen ihn hat einer gesicht gelootet echt aber ein typ ja dann war das nicht gerade dann war das dann war das schon ein bisschen her nee das kommt neu das supply overload kommt gerade oben runter und neue ok schmiede verdammt stein habe ich gerade geworfen idiot mag es geht da und was ja wieso kann ich nicht reiten der hängt in der luft und ameisen sind drunter wieso hängt er in der luft ja weil er da hängt kannst kannst du nicht beschreiben kann nix machen kannst du nicht auf passiv pfeifen und auch verloren er ist tot er ist tot er ist tot so eine scheiße trotzdem das war ja der drecks zu player ja der lohnt sich schon wenn du wenn du den rausgeholt hättest lohnt sich weil supply overload da können wir waren also ein scheiß da rauskommen das ist enorm so eine fortsch läuft was mit dem stego los warum läuft er hier so hektisch sind da oben noch agentar bist nein ich habe ich habe immer noch ein verdammtes problem ich weiß nicht warum ich dieses scheiß späne bauen kann wieso kann ich verdammten späne bauen fliege es gibt doch gar nicht dass der agent habe es von der fliege zerlegt wurde aber das ist das was ich schon mal sagte wo ich halt echt enttäuscht bin vom game immer noch diese intelligenz der dinos ganz im ernst das ist so grottig ich bin beim supply overload da gehe ich jetzt hin hoffentlich an die stadt wird man wenigstens was davon haben play overload das fleisch drinnen ist ja aber doch nicht nur gleich wird er hat jetzt schon beendet deswegen alles klar weg hier so eine scheiße ja okay das stimmt jetzt haben wir noch ein agentar ist hatten wir noch wenn du gleich da ist meine frist die geben aber auch elender ameisen die waren ja eben auch schon so super nervig ja richtige ameisen diese fliegen ach so ja ja egal so weit das gleiche menschen leben war der ich glaube da getan es konnte nicht landen weil die direkt unter dem waren ja und die anderen waren über den ehrlich damit voll speed hingekommen bin hatte der jetzt kein hatte keine stamina mehr und stamina mehr wird also nicht mehr fliegen okay also ich habe ich habe die acht eisen naja ok jetzt geht er los ist da sonst noch irgendwas interessant ist wenigstens drin gewesen ja nichts gleich ein paar pfeile das heißt die volle niete ziehen ja absolute niete war das kannst du dann wieder zu mir kommen dann ich brauche nämlich da ein eisen bin da eisen wird verweisen ich habe die die smithel jetzt und moment ich hoffe wir haben wenigstens ein bisschen chitin ich habe von den ganzen fliegen die ich dazu deppert habe leider nicht so arg viel aufgehoben komm mal wenigstens gerade den bogen reparieren kann ich nicht viel viel pfeiler leck mich am ruf ist denn das für ein driss der agentar des swings ist uns weiß ich gerade nicht ja ist er ja survivor tracker also normal müssten wir jetzt den einen da weggrapschen der im busch rum rennt da hinten hängt einer im wasser ja jetzt sage ich ja den wegkapschen ja würde ich gerne ja aber wenn der nach oben weil dann haben wir nicht aber wenn ich weiß ich möchte nur weiter und du mal deinen halt bitte wenn du hast hier meine smithy dann baue ich uns schätin rüstung ja mache ich sofort heid blub heid 79 schittin schittin kannst du haben moment kommt jetzt raus helm kommt zuerst kannst du nehmen ok so kommt alles alles zweimal und was dann metall hast bitte hinten in die forge und kann ich mich hier drum ein bisschen kümmern weil ich schätze da kann ich jetzt nicht viel helfen bei der aktion oder nee wir packen nur den den steg am strand hose ok die stego was wenn der kommt weißt du dass wenn ich ihn rüber geflogen bekommen moment dass der steg uns hilft ja also du lässt ihn vorm stego abfallen quasi und dann hocke ich da drauf ich versuche ja wo ist er denn der steg still ich habe schon habe ich schon geparkt er steht schon am strand da willst du hinfliegen soll ich nicht müssen weiter vorkommen äh ne lass uns mal gucken wir erstmal wie es funktioniert was hat der denn gebastelt guck mal was er gebastelt hat der freund der schmieden gebastelt der ist schön am schmieden da oben ich glaube du meinst einen anderen als ich wohin welche richtung bist du denn geflogen ich habe ihn jetzt über den fluss hin jetzt ach da drüben ist da bin ich da trage ihn weg er ist wieder runter wie ist die wieso ist der runter die wegenslammina wahrscheinlich oder jetzt ist hin oder soll ich rüberkommen da hast du mich mal ich komme ich krieg es hin okay wenn der schön schmieden hat wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt dann könnte man da ein bisschen was noch machen weil so ist gerade wenig du hast kein metall reingeworfen hast du keins gehabt wird das hier wieder raus zack zack so feuer haben wir hier noch ein feuer stehen auch gut so geht nicht weil er bringt uns mit alles klar ich bin kommen mit dem schweig rüber ein feindliches zwei lande beim spiel bei stego mal knall mit ab ja wenn er dann rüber kommt er kommt nicht rüber geht wieder da hoch er hat dann zurückgeschritten bekommen ich muss den typen haben ja immer rüber haben immer rüber ich versuch der hat nämlich echt schmieden am laufen ja dann kommt nicht kommen mit hatte ich aus und du willst mit kommen naja so auf dem stego okay ist ja nur eine wenn er da sein schmieden hat dann hat den schmieden der läuft dann nach links in richtung stego dahin läuft er gleich ein bisschen zu mir ist schon alles ja ich versuche habe ihn am hacken erst wieder runter es fliegt immer wieder drunter ich habe im kopfschluss verpasst wieso setzt sich der dämliche vogel dauer hin weil kein stamm mehr hat ist tot müssen wir nur wo er ist da unten der tracker ist ja noch an hinterm stein in dem großen ok er hat von mir schon einen kopfschluss verpasst er müsste hoffentlich angeschlagen sein der ist drei hat drei hat er von mir verpasst bekommen aus dego ist da die rente gegen den stein ist auch nicht doch immer zu seiner hütte geht zu seiner hütte zurück der ätzende regen macht er schon ja der ätzende regen wird ihn schon dazu setzen wir gehen zu seiner hütte und stellen uns da rein ok er schießt auf mich hatte wenn er nicht abgeschlossen hat keine ahnung aber zu mir da oben ist noch einer pass auf da oben ist noch einer der checker darum rennt ja der hat eine schusswaffe vorsicht der hat eine schusswaffe was auch immer er rennt und rennt wie ein hühnchen habe ihn schon wieder ein verpasst jetzt jetzt hat er mir eingegeben volle pulle bin leider nicht so schnell wie du mit dem das kriegen jetzt hin in die trecker aus das ist unpraktisch er wollte ihn habe ich am sehr fair so jetzt müssen wir schauen dass wir dass wir uns unter unterschuldung schaffen hier ich versuch mal ich krieg die vogelmann sicherheit ich kann nicht zum stego der vogel ist fast tot ja der hatten gelootet der kann sich fast nicht mehr bewegen ich baue hier unten siehst du mich unter dir genau ja einfach da unten ich komme gleich runter ich bin den vogel am verarzten der ist nämlich fast tot ist mir die rüstung egal der hat den gegner aber glaubt komplett gelootet ne ja ich hab die knarre das ist gut meine rüstung ist jetzt gerade komplett runter man muss wieder auch weg komplett du blockierst mich du musst weg fliegen ok ok jetzt habe ich es kommt runter ich hätte vorher anziehen sollen die rüstung ich habe auch nicht dran gedacht scheiße also ich halte den hoch unsere smithy ist drüben wenn du rüberfliegen könntest ja kann ich denn du rüberfliehst wir können auch dem seite benutzen da oben die da ist doch schon alles fertig ich schaue noch ja ich habe es hier wieder mitgenommen ja können wir machen dann wir müssen noch den stehenden spino kriegen vor der aufstehen ja deshalb habe ich mich gewundert dass du die richtung geflogen ist westinowa links von uns ja der mit der knarre der sollte weg ja 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 ist okay so hier steht das muss ich bei uns eine neue rüstung auch der hat 45 eisengen gibt es drin der steht neben dir was ich dachte das wärst du von wegen wie ist denn noch ne ich dachte das wärst du weil du gesagt hast wir gehen hier zur zu smithy ne der stand neben dir lol pass ja auch jetzt ja ja der stehende idiote hängt simpel pistol kraft 2 zack habe ich was an hose dure hände ja pass auf ich reparier jetzt meine du deckst mich ich reparier meine rüstung ich habe nicht genug chitin verdammt die team habe ich glaube ich alles die anrüstung gesteckt da ist doch chitin drinne jede menge ja ja moment ne doch da passt sekunde chitin irgendwie jetzt habe ich nicht genug halt moment das wieder reinschmeißen dann geht's repair so ich habe dem sinne klar auf jeden fall noch mit fünf schuss so ja ich habe ich habe ihn glaube ich gesehen er ist ein stein und ich habe zwei pistolen gebaut und rausgenommen und hast du hast du die genommen die pistole die noch drein nein ich habe doch zwei gebaut dachte ich eigentlich jetzt der die geklaut oder eine ganze team rüstung ist fertig repariert in der smithy sehr gut hole ich mir das kann eigentlich nicht sein ich hatte nachdem er mich überrascht hat hier gebaute pistole vielleicht hat auch erst eine hast du jetzt das ton oder nicht nein gar keine willst du eine oder wollen wir die wenn du für eine mummel fünf schuss habe ich nur noch ein sniper sniper soll ich dafür lieber schuss bauen für dich und ich nehme die pistole weil wir haben nicht so viel metall für alles ja ich habe ihn mit dem adler angefiffen er rennt er rennt er rennt wie ein bilder der adler greift die plattform an idiot passiv er rennt weg ich schnapp ihn mir hat er hier ne ich schnapp ihn mir hat er nicht hier gunpowder doch hat er da kommt die wand der stegu liegt immer und der spinu liegt immer noch gut überstecken bullets 44 bundes kann ich bauen und dann machen wir jetzt noch mal wie weit ist die wand wie viel zeit habe ich noch gar keine trage ihn ich trage ihn ich schmeiße ihn runter ich habe zu wenig help mit dem vogel das gibt keinen gibt keinen leider hast du dir hast du den stegu irgendwo der steht da irgendwo hinterm stein fest ich habe versucht wegzuziehen damit es sich noch ein bisschen erholt wo ist er denn ich sehe nicht ach du scheiße die bauer ist da wir müssen ja ich habe schon alles mitgenommen habe schon alles eingepackt ja ja ich kann dir oben noch zwei schuss geben für mehr hat es jetzt nicht mehr scheiße das letzte mal schon hängen geblieben da kommt da hinter uns ist der ist der typ im schrecker ok pistole wo habe ich sie auf der 0 den erledigen wir jetzt noch richtig nicht eingefürfene jetzt habe ich ihn eingefürfen und ich habe null feile ich brauche noch feile er hat auch eine schusswaffe er machte nichts du musst auf jeden fall weg ich meine nur der agent habe es könnte probleme kriegen wo ist der agent habe ist tot ich keine ahnung ja agent habe es was gilt bei show ja wir müssen hoch ja ich hole mir die pistole hat er noch munition die sehr weit weg die ist sehr weit weg die die wand mittlerweile bei dir wo halte ich wahnsinn ist das denn ich sag ja sie ist weit die wieder doppelt so schnell ja hier oben ist nicht fünf vier ich muss zwei leck mich doch am ruf ja die geht ja im doppel noch schnell ja nee die geht vor allen dingen die geht vor allen dingen gegen ende immer schneller ja jetzt ich hab fast nichts mehr misst vier mann vier schweiz alle einzeln also versteckt nicht legt sich irgendwo hin hatte sind der verdammte trecker er kommt schon angerannt ach da hinten hat noch dinos und haben nichts mehr auf dem dino weg gehen lieber auf den einzelnen zu ich werde schon beschossen wie das denn ja mit der sniper alter ja irgendjemand hat eine sniper hier am start lass die beiden geht zu denen hin versuch dann mann helm lass mich doch nicht allein woher soll ich denn wissen dass die doppelt so schnell ist wie im einzel das wusste ich nicht wenigstens zweiter kill ihn schön zielen er läuft er läuft er läuft er läuft bisschen vorallt hat sein schild rausgeholt weiß kannst du was ich kann gar nichts gerade ehrlich gesagt du kannst in ruhe jetzt trinken die kümmert sich um den anderen ja ich denke auch ja leg dich irgendwo hinter eine fahne und trinkt was ich habe schon hat schon getrunken ich habe ja so ein so ein sehr gut mein problem ist ein bogen ja ja mein problem ist der scheiß survivor tracker mit mit verstecken und hier hinlegen bringt gar nichts aufstehen ok das überlebt eine rennt da die rüben rum wenn ich muss gerade mal gucken ob ich noch irgendetwas so habe ja ok es gibt ja gar nicht die mistviecher so ok da hinten ist der trike da rennt er ein der kommt aufs zu gehst du ja ne der beschießt die ganzen schweigs da oben wie sau sollen sie mal alle machen die sich dezimieren ja viel mehr chance habe ich eh nicht so ich muss jetzt mal warten dass diese vergiftung von den blöden viechern aufhört weil wir können die stamina ist ja ja ok läuft alles doch sehr gut kommen das läuft gut wir sind schon auf jeden fall dritter noch ein blödes vieh hast du den bogen repariert oder kannst du jetzt reparieren ich habe zwei bögen alles klar da kommt links ich weiß nicht irgendwann auf dich zu muss aufpassen da rennt er vorbei ah der ist schnell unterwegs er hat noch ein mini vieh zeugs ein dodo hat er getamed da der typ ja wo ist denn mein pfeil mann da weiß ich nicht so 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 jetzt so 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 ok denn du kannst du aufblick fixen versteht er steht da er hat eine long neck pass auf neben kannst nur genau gefährlich rein auf ihn zu wenn er die long neck und er trifft die schnitt hast eine chance aber ist er mit seiner scheiß long neck wohin dahinter hinter links 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 von dir da ist er steht er ist links drum herum gelaufen oder sohn rennt er rennt hat er nur schaut hat sich schön versammelt ein schuss war dann auch oder zwei naja ich will jetzt ein bisschen der ball an lassen ich habe nicht mehr viele was meine gauntlets sind gebraucht was warum ich sehe nicht ich auch nicht ich weiß nicht wo sie auch rechts 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 von ihr rechts auf der anderen seite ist nach der richtigen da ja muss noch ein bisschen was er sieht ich nicht warum trifft er mich auch ich habe überhaupt keinen schuss wir können ich das war auf die art und weise kann man auch mal gewinnen das war aber ein richtig spannendes super ja ich durchgehalten ja ich weiß am ende nur aussitzen hätte ich nicht gedacht wie ich die ganzen dinos noch nicht aber ich habe das schön selbst dezimiert haben mich ignoriert war wahrscheinlich keine bedrohung für die ja sehr gut was für ein mit allen schnickschnack mit agentavis wird doch hast du dich in höhen und tiefen ja das stimmt wir hatten echt viele viele höhen und viele tiefen also dass das eben mein spiel abgeschmiert das war absolut kacke ja dann dass der agentavis gestorben ist auf dem weg zum pinökel da ist es war absolut eigentlich lief alles gegen uns und naja normal jetzt alleine in dem säure regen mit dem absturz da wärst du schon längst tot gewesen eigentlich ja das war zum glück direkt bei mir sonst wenn du da weiter weg gewesen wäre es wäre ja auch hopps gegangen also insofern kann man auch mal einen dreckigen sieg davon tragen anders kann man den hier nicht bezeichnen der swarm hat es für mich erledigt aber er hatte keine rüstung mehr also da hatte ich schon gut runter ich hätte vielleicht sogar so aber wer weiß na gut cool ja freut mich also wir sehen uns in der nächsten folge wieder mal schauen wie es dann läuft ich bedanke mich fürs zuschauen und sag bis zum nächsten mal tschau bis in der abriere bis